Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach, die erste heute am Bindelbach Samstag. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen, wenn ihr das Video genau nach der Veröffentlichung guckt. Gut, ich bin jetzt dabei, unseren, wie heißt der, Fliegel, unsere neue Errungenschaft, unter Anführungszeichen, nach Hause zu bringen, auf dem Hof zu parken. Ich werde jetzt aber nicht den Haupteingang verwenden, oder die Hauptrichtung, weil dann stehe ich falsch. Ich fahre jetzt hier gleich rein, bitte verzeiht mir das. Aber dann stehe ich nämlich goldrichtig und muss nicht extra wieder wenden, das ist ja eigentlich langweilig. Was ich nachgucken wollte, wie geht es eigentlich unseren, die haben kein Gras mehr. Wir müssen uns jetzt, wir werden uns jetzt sofort um das Gras kümmern, das ist jetzt nicht irgendwie von langer Hand geplant oder irgendwas, gar nicht. Sondern das ist mir jetzt aufgefallen und das machen wir jetzt gleich, weil das geht nicht. Ihr habt mir glaube ich auch in den Kommentaren geschrieben, ich muss mich mehr um meine Tiere kümmern. Das finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr nett und das werden wir natürlich so machen. Aber ich bin auch, ich möchte es forcieren, Sachen aufzuräumen. Ich habe in der Vergangenheit sehr viele Sachen rumstehen lassen und das werde ich jetzt einfach nach und nach versuchen zu beseitigen. Und einigermaßen gerade reinzuparken. Und dann müssen wir uns mal ein kleines Update geben lassen, wie weit denn eigentlich diverse Sachen hier auf dem Hof passiert sind. Also was gemacht werden muss und so weiter und so fort, das weiß ich noch gar nicht alles. Aber wir gucken uns das einfach mal an. Ladewagen. Unser Merlot, unsere neuere Errungenschaft, das ist echt die neue Errungenschaft. Die oder der steht am Händler mit einer Palettengabel. Die habe ich bereits gekauft, also bitte nicht wundern, dass da bereits eingekuppelt ist. Die habe ich schon gekauft, da habe ich einfach... Aber noch kann ich auch außerhalb der Aufnahme machen. 1.200 Euro kann ich, darf ich auch, glaube ich, schon mal ohne Aufnahme ausgeben. Also da wird wohl hoffentlich niemand schreiben. Boah, er geht cheatet. Hängt in Höhe. Also wisst ihr, was ich meine? So. Wir holen jetzt das Wunderschöne, Wunderbare, Frische. Frisch ist nicht mehr, es liegt schon ein bisschen. Gras vom Feld. So. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Müssen wir gucken, wie wir das... Ah-ha-ha-ha-ha-la-la. Den Pick-up absenken sollte man vielleicht auch. So, ich habe auch gelesen auf unserer hauseigenen Facebook-Seite, Link ist in der Beschreibung, wer gucken möchte, die FarmCon wurde angekündigt. Die FarmCon, 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 ja, 2017 wurde angekündigt von Giants und ich hätte ja gehofft, ich hätte wirklich gehofft, dass sie dieses Jahr, sagen wir mal, wenn sie nicht näher bei mir ist, dass sie zumindest nicht weiter weg ist. Ihr wisst, woher ich komme, ich komme aus Innsbruck, das ist ungefähr 200 Kilometer von München weg Richtung, ja, in den Süden, also runter, nicht hoch, runter und München ist schon ziemlich unten, wenn man Deutschland jetzt so vorsichtig betrachtet, ist München schon geografisch, sagen wir es jetzt mal so, relativ weit unten angesiedelt. Ja, und dann habe ich gelesen, wo das ist, Paderborn. Ihr wisst wahrscheinlich alle, wo Paderborn ist, ich hatte keine Ahnung, ich habe gedacht, ja gut, ist vielleicht zwei Häuser weiter, ja, kannst du dir vorstellen. Das ist von mir über 600 Kilometer weg, ne, da haben wir gedacht, alter Schwede, ich sträub mich ja schon mit Händen und Füßen nach Köln und auf die Gamescom zu fahren, ne, ich bin echt nicht so der lange, der Typ, der so stundenlang im Auto verbringen kann, Ritchie zum Beispiel. Ritchie ist ein Paradebeispiel, Ritchie könnte den ganzen Tag im Auto sitzen und fahren. Das könnte er, ohne Probleme, da steigt er aus und hat ein Grinsen im Gesicht. Ich, äh, ne, mir geht das sowas, ne, ich bin da nicht der Typ für, muss ich ehrlich sagen, bin da nicht der Typ für und deswegen bin ich noch am gucken, ich weiß noch nicht, ob ich vorbei, äh, ob ich da hinkomme, ähm, weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich habe auch gar keine Ahnung, ich glaube im Juni ist es, aber bitte nagele ich mich jetzt nicht komplett fest. Ich glaube, dass es im Juni stattfinden wird, was auch sehr, sehr gut ist, weil es einigermaßen werben sein wird, hoffentlich. Aber mehr, das habe ich noch nicht, äh, abgecheckt. Ich habe es nochmal jetzt so überflogen, sagen wir es mal so, und bin jetzt eben am grübeln, wie es, muss auch nochmal mit Giants, äh, Kontakt aufnehmen, wie es aussieht mit, mit, äh, Karten, ob wir da welche bekommen oder nicht, oder, ja, das ganze Prozedere halt. Aber, wie gesagt, wir sind dran. So, hier hat der CP geschwadet, ne? Was jetzt nichts Schlechtes ist, gar nicht. Aber ich wollte es nur erwähnt haben, das hat der CP gemacht. Und ich finde, das hat er gar nicht schlecht gemacht. So, ein paar Stellen sind natürlich drin, wo denkst du dir, alter Schwede, was hat er hier gemacht? Aber, das gehört dazu. Hinten haben wir auch noch eine kleine Schwade, die nehmen wir auch gleich mit. Ihr mögt das, also so von oben runter gucken mögt ihr gar nicht, ne? Das habe ich in den Kommentaren schon gesehen. So, wenn man so ein bisschen auf gleicher Höhe, also auf Augenhöhe fährt, ist viel geiler. Finde ich aber auch. Finde ich aber auch. Bin ich, bin ich genau bei euch. Hier liegt noch ein bisschen, und da liegt noch ein bisschen. Also von, wenn du so bündig unten, also wenn du so auf gleicher Höhe bist, ne, da siehst du es halt relativ schlecht. Und deswegen mache ich es immer von oben, weil das ist dann farblich schön unterteilt und da siehst du es einfach viel, 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 viel besser. So, wir werden jetzt gleich mal gucken, dass wir mit dem Ladewagen gleich rein stürmen, wie der Wilde, und dann einfach mal gucken, wie viel sie haben möchten, die Tiere. Und den Rest werden wir einfach in unsere wunderschöne Anlage füllen und werden dann, ähm, Grasballen draus machen. Weil Grasballen, gar kein Problem, können wir ja lagern. Ich muss aber dazu sagen, das sind jetzt größere Grasballen. Oh, das habe ich nicht bedacht, ne? Das habe ich nicht bedacht. Ich hatte ja die Standardballen gepresst mit der Standardballenpresse, Quader, ne? Aber dass die, äh, dass die die Größe ändern, das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber das ist auch kein Weltuntergang, also das schaffen wir schon irgendwie, glaube ich. Wir müssen eben nur gucken, Produktivität 74%. Das geht schon mal besser. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nichts, ich habe nicht gereinigt, gar nichts. Das muss ich jetzt dringend, dringend machen. Aber wie gesagt, es sind mehrere Sachen dringend, aber wir haben ja heute drei Folgen vor uns. Und deswegen, ähm, ja. Wann, wenn nicht heute? So, 90 hat er jetzt. Bekommen wir vielleicht noch eine kleine Schwarte. Ja, in der Mitte sind noch zwei, drei kleine Schwarten. Die bekommen wir noch mit und dann fahren wir noch mal vorbei. Ich weiß auch, dass ich schon vor langer, 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 langer Zeit gesagt habe, wir häckseln. Das werden wir auch bestimmt angehen. Aber momentan, ihr seht ja, es ist einfach noch andere Arbeit zu tun. Ähm, das muss halt erledigt werden davor. Das ist halt einfach so. Aber ich werde auf alle Fälle die noch, wie gesagt, ein paar Silageballen pressen. Die werden wir, vielleicht schaffen wir das heute, ich weiß nicht genau. Äh, habe ich aber, glaube ich, gestern schon angekündigt, dass wir das machen werden. Ein paar Silageballen. Und der Rest wird dann AD, verkauft. Weil ich brauche ja auch Kohle, ne? Also ich habe jetzt noch keinen konkreten Grund, was, äh, ne? Aber ich glaube, wir haben mal, wir hatten mal Trecker angepeilt, bin ich der Meinung. Und das werden wir natürlich auch machen. Und ich habe mich geschimpft, dass ich immer rechts über das Nachbarfeld fahre, ne? Mache ich das nicht mehr. Wir haben eine eigene Ein- und Ausfahrt, das weiß ich jetzt. Ich habe es vorhin auch schon gewusst, aber ich habe es nicht, ne? Nicht für sinnvoll oder Sinn, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ereignet oder erachtet. Deswegen, äh, ja. Ich das nicht so gemacht habe. So, was halt auch fast, also was halt wirklich Sache ist, muss man einfach dazu sagen, es ist ja verdammt knapp. Aber es geht. Wir werden gleich mal jetzt hier ein bisschen, äh, sauber machen. Wow, das war ja richtig viel. Also es hat sich ja richtig gelohnt, dass wir hier vorbeigefahren sind. So, jetzt wird dann gleich etwas passieren, was ich noch nicht, äh, getestet habe tatsächlich. Aber, ähm, die Frage ist jetzt, wie? Weil, äh, ne, du nicht. Dich muss ich aufräumen. Dich muss ich erstmal wegstellen. Jetzt muss ich nämlich ein paar Sachen organisieren. Moment. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, lassen wir hier, äh, noch ein bisschen zusammenputzen. Oder, äh, ne? Hier ein bisschen noch Zeug weg. Weil hier brauchen wir ein bisschen Platz. Oder möchte man zumindest sauber hinterlassen. So muss man es eigentlich sagen. So. Rein. Rein. Okay. Äh, wir haben hier eine Werkstatt und die werde ich jetzt auch nutzen. Weil ich diese Zwillingsbewerfung runter machen möchte. Vorne, die gefällt mir momentan nicht. Ich werde sie wieder drauf machen, auf alle Fälle, wenn, ähm, ich der Meinung bin, dass es wieder dafür Zeit ist. Ne? Aber erstmal, äh, ne. Erstmal kommt die weg. Die Frage ist halt, nimmt er jetzt die Schaufel oder nimmt er den? Ne, er nimmt den. Okay. Konfiguration, mach mal das bitte weg. Ja. Danke. Das hat mich echt gestört teilweise. So. Jetzt müssen wir das natürlich wieder ankuppeln. Ist ja ganz klar. So. Das ist das Gewicht hinten. Hallo? Ah, jetzt kann ich irgendwas ankuppeln. Das war für vorne. Und das war für hinten. Perfekt. Ne, das hat mich echt gestört. Jetzt waschen wir den nochmal und dann stellen wir den erstmal... Ne, weißt du was? Wir werden jetzt ganz flott. Wirklich ganz flott. Werden wir jetzt, ähm, die Sauberkeit erhöhen bei den Kühen. Das werden wir jetzt gleich machen. Ähm, weil muss gemacht werden. Ich glaube, ich werde es... Ne, ich mach's anders, glaube ich. Ich werde es so machen, dass ich jetzt gleich die ganze Silage, ähm, verpresse. Boah, ist das alles? War der nicht mehr? Ne, der war nicht mehr, ne? Oder müssen wir da rein auch nochmal? Moment mal. Moin. Müssen wir da rein und, äh, aus... Also, Moment mal. Wie sieht denn das hier aus? Oder ist einfach nur das Stroh aus? Weißt du, das kannst du auch haben. Ähm, Sauberkeit 0%. Äh, es wird kein Gras... Ah, vielleicht ist mir da ein kleiner Fehler passiert. Moment. Kommt das hier rein? Ah, das kommt hier rein. Sagt doch einer was. Jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Genau, jetzt haben wir genug... Jetzt haben wir... Ja, ich hab mir schon gewundert, warum da so wenig Gras reingeht, ne? So, machen wir den mal ganz kurz aus. Ich weiß nicht, wann es hier weitergeht. Ähm, okay. Aber die Sauberkeit stellt mich trotzdem noch. Es ist aber, ähm, Stroh ist genug drin. So, das heißt, es muss noch irgendeinen Platz geben, wo ich nochmal ausmisten muss. Möchtet ihr mal gerne mal nachgucken hier. So. Okay. Das passt. Das hier ist ein kleiner, süßer Mistplatz. So, und jetzt, äh, zeige ich euch das Problem. Ich komme hier nicht rein. Wir haben das damals, ne? Seht ihr das? Ich, ich, da, 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 nee. Das geht nicht. Deswegen, ähm, ja. Wird der jetzt erstmal, ähm, ich wasche ihn jetzt. Ich wasche ihn jetzt einfach, weil das muss auch wieder mal sein, dass man den sauber abwäscht. Und wie gesagt, dann kümmern wir uns gleich mal drum. Ähm, ich werde mir aber für den Teleskopplatter auch nochmal eine Schaufel kaufen, weil ich mit dem Teleskopplatter dann gleich einfüllen möchte, ähm, weil das macht Spaß. Der Radar hat erstmal in die Halle gestellt. Er macht einen super Job. Gibt's nix. So, dann sieht's doch schon wieder viel besser aus, oder nicht? So. Das gehört ja nicht viel zu. Eine Minute Arbeit und dann ist die Sache wieder erledigt. Für, Moment, wir können gleich noch tanken. So viel Zeit, so viel Zeit muss sein. Tanken, gewaschen, Räder gewechselt und dann kann das Ding erstmal in die Halle. So, gucken wir mal, haben wir hier, ja, hier haben wir Platz. So. Dann ist er schon mal für den nächsten Einsatz gerüstet, würde ich sagen. So. Zack. Und erledigt. Ah, ich hab mich verheddert. So, was machen wir jetzt als erstes? Lass mich ganz kurz nachdenken. Ähm, ja. Ich möchte, glaube ich, zuerst ausmisten. Ähm, ja. Das möchte ich tatsächlich. Wir werden jetzt aber das hier so stehen lassen. Zurückfahren und das hinten ankuppeln. Und da muss ich nochmal schauen, wo ich meine Front, wo ich meine Aufsätze für den Frontart hingeworfen habe. Ne, das brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Ich mach das ja gleich mit dem Teleskoplader, wie gesagt. Okay. Weißt du was? Wir stellen den jetzt erstmal hier, hier rein. Und dann machen wir das erstmal später. So. Der, den, der ist mir momentan egal. Jetzt müssen wir, äh, das müssen wir auch auf später verschieben. Den holen wir jetzt erstmal nach Hause. Aber mit einer Schaufel. Mit einer Schaufel. Die Universal-Schaufel, ja. Die ist eigentlich ganz okay, oder? 4.500. Und was ist die? 5.000. Ist die besser? Ist die breiter? Ist die schöner, größer? Ne. Nehmt einfach ein bisschen mehr auf, ne? 2.900 und die normale kostet 2.800. Gut, dann nehmen wir, dann nehmen wir die. Dann nehmen wir die, die ist nicht so, ne? Die ist akzeptabel, sagen wir es mal einfach so. Ähm, lass mal die Gabel, also diese Paletten gedönst nochmal hier einfach. Und dann, wie gesagt, am Hof, äh, wichtig ist jetzt erstmal ausmisten, also den Stall sauber machen. Das werden wir gleich mit dem Merlot machen. Ich möchte natürlich auch gucken, was kann er heben, ne? Was kann er, äh, was schafft er, ohne irgendwie in die Knie zu gehen? Das wäre mir auch wichtig. So. Läuft. Schön. Passt, oder? Haben wir irgendwelche Fehler? Äh, wir haben einen Arrow drin. Aber das ist dieser Sweeper wieder, ne? Ich muss den erstmal rausnehmen. Das ist echt lästig. Gut. Liebe Leute, ihr seht, wir sind dabei. Es läuft. Ähm, wir sind aber für den Moment fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, um 12 Uhr wieder zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Äh, bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.